Hallo, mein Name ist Michael Rosenbauer. Sie kennen mich als Immobilien-Marketing-Experte. Hier vom Immobilien-Scout-Forum in Berlin halte ich heute einen Vortrag zum Thema Steigern Sie Ihre Immobilienkompetenz durch Vermarktungsoptimierung und Kompetenzdarstellung. Hier geht es darum, dass Sie täglich am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Das heißt, wir müssen bestimmte Dinge in die richtigen Bahnen lenken und wir müssen anfangen, uns vom Gewohnheitsmakler in eine andere Ecke zu entwickeln, damit wir auch als Unternehmen wieder am Markt wahrgenommen werden und nicht als klassischer Wohnzimmermakler.